hallo liebe community und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer weiteren folge vom projekt dmdl ja wir sind heute also ihr seht von mir einmal den edge und einmal den kyto die kyto lp damit also der heute auch aufnehmen wird und wir haben auch noch zusätzlich paar überraschungen auf lager aber dazu werdet ihr dann in der video beschreibung mehr wissen können ja ich würde mal sagen wir begrüßen erst mal die beiden herren hier vorne so hallo hallo gut das waren wir heute überfälle road trip und so weiter los ja wieder geht vor ich habe ein auto ernst ja mein ernst ich habe etwas da haben es gar nicht abgeschrieben mit was überhaupt dort wird sie gucken alles weil er kommt vor Ort so wird es das ja alle bei mir rein ja also ich würde sagen wir gehen mal ein bisschen überfallen oder meinst du fahren wir mal ein bisschen den highway entlang und gucken oder können wir mal kurz so einen Drogendealer fahren ja könnten wir auch tun die am Eiffel auch na Jungs jetzt fehlt mal was das stimmt es ist viel zu ruhig ja erstmal nicht durch den Blitzer fahren sagen wir mal warte ich dachte du bist kriminell kriminell schnell keine Cochones ich glaube ich wurde heute zwei mal hintereinander geblitzt ja ich auch ja das ist noch nicht mal eine Minute vergangen du hast mich grad mit Kavala irgendwas nee an diesen Highway Checkpoint ja das ist Kavala ausfahrt ja der mit den Schranken ja hast du schon hast du schon erklärt wer AJ ist wer wer AJ ist so wie wir ihn nennen achso ja ne hab ich noch nicht ne hast du noch nicht komm AJ dann erzähl mal ja AJ du kannst mir erzählen du bist einer unserer Mitglieder ne aber der Liger steht doch normalerweise vor er hat ja schon er hat ja schon er hat ja schon ja komm jetzt mach AJ AJ dann kannst du mir ein bisschen erzählen von dir ja soll ich ja erzähl mal ein bisschen ja ja ok ich bin H ne und ja keine Ahnung ja wie würdest du das sonst machen also ich bin H ja ich bin H ok das oh ich würde da nicht durchfahren don't worry ich kann das ooooh ja ja bis wir nachher wieder stecken bleiben oder was ja den kann die ok ich nicht ne ich auch nicht das ist ja deinster Wort bei deinem Offorder den du vorhin geschrottet hast bei dem Zaun wow ich war noch nie bei dem Drogenbieder der sieht ja echt sehr leicht überfallbar aus echt ne ne willst du bei dem Drogenbieder überfallen ne möchte ich ne ok besonders diesen Farbton ne ja ich mein ich mein du da vorne siehst ja nicht so gefährlich aus ne aber wir hier hinten so und fahren wir ja einfach einfach Highway lang hat er da von euch Lockpicks ne ne na klar ich hatte mal 50 ich bin mit meiner M was laut hat sich Lockpicks oder was willst du damit ne rücker ja ja und dann habe ich am meisten ans Brückhaus gefahrt ah ok oh wer wurde da getötet Dr.WolfBlue oh der arme na im Moment werden ja immer wieder Leute gekickt wegen Hacker oder sowas oder äh Vermutungen auf Hacker ja man alter weh jetzt hackt hier nochmal irgendeiner den Server ja gibt's hier irgendwo Blitzer ja da hinten kommt noch Blitzer na da ist Checkpoint Lacker ja aber du fährst ein bisschen komisch meinst du nicht? glaub ich fahr auf der falsche Spur ja hast du ein bisschen getrunken? ja ganz leicht ein bisschen also wenn die Bullen kommen wollen wir die dann gleich wegschießen oder was? natürlich gleich wegschießen ja hallo wir haben zwei dicke Wungen ne klar der eine hatte nur ne kleine ne ne PDW ne ich hab mich nicht da bei diesen da musst du aufpassen da bin ich heute durchgefahren wurde zweimal geblitzt ok ich war mit selbst mit 44 kmh ja geil mal gucken wir hier den Fluss ab nein echte ich wär gar nicht geblitzt was? guck nur so ich bin 400 durchgefahren oder was ich bin 40 ist ja gar geil wieso wurde ich denn gerade geblitzt und du bist das Spiel ist ganz spannend ne? ah schade wir nehmen grad auf ja kein Fußball gucken zu spät übrigens wie sieht das eigentlich aus mit den TSK Leute die haben mich eiskalt überfallen und haben mich dann auch abgeknallt ähm ja Rache ne? Rache schmeckt süß ja Rache genau wollte ich auch gerade sagen ja hallo ok guck mal kurz wie viele von denen da sind wir schnappen den uns und dann erschießen wir die eiskalt lassen wir nicht mit wie viele von denen sind da das sind wir wie viele? wie viele von denen da sind ist meine Frage ach so warte ich guck mal komm wir fahren jetzt erstmal hier den Hyrule ein bisschen nach Kavala für sich fällt und dann mal gucken wie heißen die doofen? TSK ne? TSK einer einer? ok gleich wegknallen da müssen wir geht doch nicht anders ne? ja stimmt jeder ist ein Glückes Schmied guck mal da ist schon wieder Hacker 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 koste auch Hacker ja ich wette wir uns am Pfirsich vielleicht meine Aufnahme starten ja? ja du was du nicht machen kannst du was du nicht machen kannst lass ihn machen kannst mein Volch lass mich ich frag mich warum jetzt auf einmal meine FPS Zahl drastisch äh in den Abgrund geht weil du aufnimmst und wir grad mit nem etwas schnelleren Tempo durch die Map fahren ja ja äh was soll ich dir mal sagen ich hab auf Ultra und Dauerhaft 15 oder in Mitte 15,40 ich hab auf sehr hohen Spiegert mit 30 du Quito du hast aber auch ne Nerdbrille an ne? ja natürlich ja gucken wir uns beiden hier hinten an wir sind total die Gangster ja eigentlich sind wir schon viel zu schade für dieses Auto weißt du der ist so eher so der Taxifahrer ne? ja ja und wir sind hier alles oh 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 ach dieses Auto ist wunderschön es hat so viel High Speed oh ist er toll ja ist er toll ist er toll ist er toll fahr los fahr los fahr los fahr los lass ihn fahr los fahr los fahr los doch mal ahaha schade ja so so nicht hier ne so nicht so nicht ey und AJ bei dir steht echt unten rechts diese Anzeige nicht mit FPS nein gar nichts what the fuck was bist du für ein Lappen vielleicht ist er ein Hacker ja vielleicht ist er ist dein Skill Level zu niedrig sicher kann davon was ne also jedenfalls äh ich hab ja heute mit Domex gesprochen ne und äh es sieht so aus also Domex hast du schon zu gesagt dass äh heute dass er beim Projekt mitmachen wird ähm und äh wir suchen eben noch weitere YouTuber und äh damit spreche ich auch euch an außer wenn ihr YouTuber seid und meint ja ihr gehört zum Projekt dazu ähm jedenfalls ihr findet es dann könnt ihr euch gerne bei uns bewerben dann müsst ihr nun mal auf den äh TS von Pettys mal kommen und ihr müsst mindestens 14 Jahre alt sein ja und eigentlich auch egal wie groß oder klein ihr seid im YouTube genau außer extrem witzig jupi wirst du jupi also mit ein oder zwei Abonnenten braucht man hier bei uns nicht kommen ich hab drei also fick dich was? ach du jemini da kann ja doch froh sein dass ich jetzt nicht drei gesagt hab ja na ok drei hat sich auch noch funktioniert hm hm warte mal was ist denn eigentlich Agilochori äh Agilochori äh äh Überbahnhof was kann man da machen? wo man sich da einen Zub kaufen? ja das kennst du diesen Film äh der Weihnachtszub oder der heißt? ja alter what the fuck ist jetzt das bei dir? hä? warte mal kann man mit dem Ding über die Map also so wie TP'n? ja ernst? ne weiß ich nicht hab ich nicht ausprobiert ja ich gehau erstmal so raus ja warte warte lass mich fallen oh es leckt auf einmal komisch oh es leckt auf einmal komisch was ist denn hier schon wieder? oh nein bitte nicht aufhä nein 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 na logisch alter was ist denn nun schon wieder los? gibts doch nicht meine Fresse ich verstehe das nicht ja jetzt ist auch noch das abgebrochen hab ich wieder ein Disconnect oder was? Leute ich unterbreche mal kurz schnell die Aufnahme wir sehen uns in wenigen Minuten zurück hallo liebe Freunde und da sind wir wieder ja ein kleines Disconnect hatten wir ich weiß auch nicht warum die Internetverbindung jetzt komischerweise abgebrochen ist gerade in diesem Moment äh ich entschuldige mich äh vielmal darüber und äh ja der Kyto fängt auch gerade seine Aufnahme an wir sind beim Pfirsichfeld und ja was macht er denn jetzt? was macht er denn jetzt? da Kyto ist schon wieder da was macht er denn jetzt? was macht er denn jetzt? der Kyto ist wieder da so Pit ich bin schon die ganze Zeit hier ja okay äh ich spiele jetzt zusammen mit dem Age und mit dem Pit unser Leader wuuuuhu wow wow okay wollen wir jetzt noch mal machen? äh was ich fett sind wir jetzt abzogen er fehlt ja so was? ach man doch nicht schon wieder ich wollte hier ein bisschen was überfallen jetzt warten? ja klar bis der Vollidiot kommt doch gleich wieder zurück ne ich geh mal auch für Spaß ich pack ja du ey ich geh mal darüber auf der anderen Seite nicht, dass er von hinten abräumen will weißt du halt, ist das laut ich kann froh sein, es kommt noch mal noch wow wow wir haben voll Angst vor jemanden ja warte mal Pit, wie teuer ist die Munition für die MK18? teuer 5000 irgendwie so, ne, keine Ahnung weniger 5000 kostet MK20 ja, dann kostet das mehr ich will nichts erzählen ja, ich hab halt nur 21 Schussmagaziner, wo ich das nicht gut schießen würde, damit äh, 10 Kills schaffen würde äh, du, äh, du, Kyodo, geh mal da hinten hin ich geh jetzt hier oben auf den Hügel da also, Age, du wirst ihn überfallen, weißt? wie, wir sind hier oben und dann schießen wir ihn äh, ja, falls abhauen will oder schießen wir auf die Reifen weitem Quats ja, bloß, das Problem ist, ich schieße immer auf den Kopf, nicht auf den Reifen naja, zwei ich glaube, du hießt ja auch Headshot, äh Headshot Powell Headshot Powell, genau warum nicht Klaus? weil ich nicht Klaus heiß jetzt wollen wir mal Klaus, Klaus, Klaus oh, da kommt er, da kommt er, kommt er ich verstecke mich mal kurz, damit man sich nicht sieht okay, ab auf den Berg und der fährt, dann vorbei okay, pass auf wow, 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 Grafikfehler oh, nein wieso, ich wollte schon sagen okay, ich bin, ich bin jetzt hinfam raus 3, 2, 1, los geht's ja, dann geht's ah, jetzt geht's wieder, ich muss kurz raus tappen oder ist das nicht gemutet? wenn du irgendwelche Leute sagst 8 dann erschießen wir dich ja hast du dir jetzt schon angesprochen? ja klar hast du dich verstanden? ja ääh du denkst, Kyoto hol dein Auto raus wir werden jetzt immer mal ein bisschen die Boote einheizen Oh Mann, jetzt hab ich in Pfirsich gefarmen. Scheiße. Erstmal Pfirsichfarm. So. Hat der ihn niedergeknüppelt? Hat der auch irgendeine Meldung gemacht? Ja, du machst eine Meldung. Äh, verprügel ihn mal. Nein. Alter nein, mach mal, hau maximal einmal drauf. Beeil dich mal mit deiner Karre hier. Ey, wieso denn direkt? Ja, wir wollen ihn hier ein bisschen misshandeln. Aber dein Auto? Schlag, ey, wie sollst du mich geschlagen? Ne, ich hab dich nicht geschlagen. Ich hab den geschlagen. Ich dann schlagen. Ich schlag den aber nur zweimal. Ja, zu viel damage. Gerne. Äh, ich frage zur MK18. Wie schnell schießt die auf Vollauto? Wollen wir den wieder gegenlassen? Ja. Oh, Alter. Junge. Ihr macht das nicht so oft, Alter. Der stirbt sonst. Mit Herz. Ne, der geht runter bis 2. Der geht runter bis 1. Das ist dann nochmal, Alter. Schlag ihm die Eier. Dark. Wotafuck. Ich... Meldung hier. Ich glaub, das reicht, oder? Wir haben jetzt Geld gemacht. Das reicht, oder? Ja. Ich hatte Spaß gemacht. Hätte ich Geld dabei, dann würde ich ihn jetzt... Ey, warum? Wollen wir den als Geisel nehmen? Nö, den kannst du erschießen. Den brauchen wir nicht mehr. Soll er eine Kugel kriegen? Ja, bei mir gerade ein Standbild. Aus welchem Grund auch immer. Ja, ich hab voll die laute Waffe. Warte mal ein anderer. Warte, wenn... Wenn's bei mir nicht rumleckt, dann kann ich ihn erschießen. Stell ich ihn gegen auf Wand. Geht's. Ach nö, Mann, was soll denn das? Ja, warte, warte. Warum... Warum hab ich jetzt Standbild? Sag mal, willst du ihn jetzt wirklich erschießen, Alter? Ich versteh halt nicht, warum ich jetzt Standbild hab. Jetzt wirklich erschießen? Ich... Das kotzt mich an. Warum ist das so? Jetzt geht ja hier gar nix mehr. Hä? Ey, H, wir können den ins Auto stecken. Ah... Ins Auto? Ah... Was ist das von der Kacke? Ganz ehrlich. Der kommt dann. Steck dir in das Auto rein. Wem hatte der so... Der soll sein Auto... Er sollt machen. Immer das gleiche. So, ich hab ihn im Auto. Oh. So, jetzt hab ich wieder kein Standbild. Kommt, ab ins Auto. Pit, ab ins Auto. Ey. Das musst du auch machen. Ja, ja. Und, haupt rein. Bis er aufsteigt. Hopp, hopp. Ne? Achso... Wir machen jetzt mal ne kleine Tour. Wir fahren jetzt spazieren. Die ganzen Standbilder, ne? Ey. Echt, ne? Ey, normalerweise kann das nur die Polizei. Was? Ja, ab, äh, ins Auto. Kannst du auch mit ner Rebellen-Lizenz. Ja, normalerweise. Ja, okay. Wie geht's dir denn? Wie er so gefragt hat, wie geht's dir denn? Ah, das kommt gut. Fahr' mal hier links rein, da an der nächsten Kreuzung. Gerne Frage, möchtest du ein paar Süßigkeiten? Ja, gerne. Fahr' mal hier links rein. Aber was zu trinken? Dann gib ihm, gib ihm mal, äh, was zu trinken. Und fahr' jetzt einmal mal grad, weiter geradeaus. Dann will ich ihn gleich erschießen. Ja, ich geb den, ich geb den 4, seh. Ja, komm. So, mein Kollege gibt dir jetzt mal an so, was süßes. So, mein Kollege gibt dir jetzt mal an so, was süßes. Von denen hast du wahrscheinlich... Ey, komm, wir fahren ins Stadion, was auf Stamm, äh, das, das Event-Stadion ist. Ja. Wir können den ja immer hin- und herkicken. Es fehlt eine lange Fahrt mit dir. Ja, lange ist kurz. Ey, wo ist die denn? Die Event auch immer. Ja, wir sind hier. Ja. Ach, hier. Okay. Ich stell' ihn da unten hin, dann werden wir mal auf den schießen. Komm, dann stellen wir uns hier alle in drei Reihen. Ne? Hier zu einer. Ich weiß aber nicht, ob ich den aus dem Auto raus... Alter. Ernst, jetzt, ich kann die da nicht rausholen. Alter, lass' offen. Ach, leck, der ist ja freiwillig rausgekommen. So, Freundchen, ab rein da. Ja. Ich hab' gedacht, der ist grad gestoppt, der ist despawned. Ich stell' ihn da unten hin. Ich stell' ihn da unten hin. Ich glaub' wir machen mal ein bisschen Ziel schießen, oder? Ich glaub' wir machen mal ein bisschen Ziel schießen, oder? Nee, ich kann nicht. Ja, das musst du auf den Boden machen, dann musst du hier rausgehen aus dem Gebäude. Wahnsinn? Ja. Deshalb hab' ich gesagt, du sollst ihn in den Kästchen reinstellen. Ja. Ja, oder? Putz ihn jetzt schon hier. Kann ich ihn nicht abstellen? Nein, du musst ihn da unten ins Kästchen reinmachen. Kästchen reinmachen? Ja. Hä? Nee, nee, mit den Rücken zur Wand. Warte mal, ich muss doch auf der Windows-Taste hier wieder abstellen, oder nicht? Warte. Wieder abmachen? Hä? So. Hast du ihn? Los, Klasse? Ah, das stelle ich doch einfach hier irgendwo hin, da auf dem Feld. Daher auf dem Feld. Kann ich ihn nicht abstellen? Kann ich nicht abstellen? Das geht nicht? Nein. Okay, dann müssen wir es jetzt leider beenden. Okay, dann müssen wir es jetzt leider beenden. WTF? Ja, bleib. Bleib mal stehen. Also nicht Kyoto abschießen, sondern den anderen. Wird sie uns echt abknallen? Ja, ja. So, Freundchen. Damit du unseren Namen so richtig merkst, äh, beim nächsten Mal immer schön aufpassen beim Pfirsichfeld. Ich würde mal sagen, tschau, ne? Sag's auch noch mal, tschüss. Ja, wie. Ja, wie. Old Blue, sag's auch noch mal, tschüss. Und? Sag's auch noch mal, tschüss. 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 Oh, 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 oh. Und da war er weg. Scheiss. Ich bin ja nicht so sicher, ob das so Rollplay-technisch war. Doch, wir haben ja den gesagt, ne? Der hat ja auch noch schließ gesagt. Ja, der hat sich aber nicht gewehrt. Und? Bin ich sicher. Er weiß ja jetzt, er weiß ja jetzt, er weiß ja jetzt wenigstens, dass er immer weiter aufpassen muss beim Pfirsichfeld. Ja. Komm wieder hinten rein. Geht. So, jetzt müssen wir am besten, ne? Jetzt müssen wir am besten nochmal hin zum Pfirsichfeld. und warten, bis er wiederkommt. Ja. 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 Und jetzt haben wir währenddessen die Polizei geworfen, Oh Gott. Wurd die jetzt getazert oder wir erschossen? Ja, wir wurden getazert. Oh nein. Wurd die jetzt schon mal. Wurd die jetzt ist schon mal wieder. Wurd die jetzt sind wir hinten am Stadion. Eins der Monon seh ich. Ey, wir sind gleich wieder da, lass sie wegknallen. Im hinteren Stadion. Die fahren zu uns, die fahren zu uns. Ich seh sie nicht. Oh, oh, ich seh sie auch, ich seh sie auch, ich seh sie auch. Ich, ich, die Federmelung geht nicht weg. das war aber außer roadplay technisch das auto hat es nur los nicht schon wieder kommen nicht schon wieder alter was ist denn heute los ganz ehrlich vielleicht war es auch ein zeichen ja leute tut mir echt leid irgendwas ist schon wieder los ist kotzt mich dermaßen an ich hoffe es hat es trotzdem gefallen aber in der nächsten folge wird sind besser ich weiß nicht was die ganze zeit ist ich muss gucken beim internet oder so keine ahnung wir sehen uns in der nächsten folge auf wiedersehen oder pdp